Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und wir schauen mal in der siebten Folge des Chartchecks, was die Aktie von Tesla so macht. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Chart von Fastly. Am Ende gibt es noch mal einen Rückblick auf ein paar ausgewählte. Vom letzten Mal auch Bausun und Amazon werden wir uns also mit anschauen. Viel Spaß! Beginnen wir doch gleich mit der ersten Aktie und das ist die Aktie von Fastly. Und bei Fastly können wir einiges erkennen, denn bei Fastly gibt es hier eine Seitwärtsphase, die schon sehr lange anhält. Mit bis zur Mitte des letzten Jahres sehen wir hier einen Seitwärtstrend. Der Anstieg vorher war ja recht stark, das muss man auch einfach mal zugeben. Und bei einer Vervielfachung ging es dann eben hoch an der Spitze bei sogar knapp 140 Dollar. Also das war natürlich schon ein heftiger Anstieg. Deswegen die Seitwärtsphase mehr als berechtigt. Man wächst so langsam wieder hinein in diese hohe Bewertung. Und jetzt schauen wir doch mal ganz genau hin. Wir sehen, dass vor allen Dingen diese Grenze, dieser Widerstand bei 103 Dollar einfach, naja, bisher nicht so erfolgreich erschien. Nun, dieser Bereich, hier einmal in dem roten, gekennzeichnet, hat bisher irgendwie nicht so richtig dazu geführt, dass der Trend fortgesetzt werden konnte. Stattdessen ging es immer wieder runter. Man sieht das hier einmal, Fehlausbruch, zack, wieder runter auf die Unterstützung bei etwa 73 Dollar. Dann stabilisierte sich der Kurs, ein erneuter Ausbruch. Jetzt ist es soweit. Nein, auch hier ging es dann aufgrund schlechterer Zahlen oder zumindest guter Zahlen, aber nicht so wie erwartet, wieder nach unten. Und dann ging es auch wieder runter, sogar unter die Unterstützung auf den gleitenden Durchschnitt 150 Tage. Von dort aus ging es dann wieder rauf. Und auch hier wieder versucht auszubrechen, nicht gelungen. Wieder runter, neuer Anlauf. Und jetzt hat man es eben wieder geschafft gehabt. Und was ist passiert? Cloudflare und Akamai haben gemeinsam nicht wirklich ihre Ziele erfüllen können, weshalb auch die Aktie von Fastly mit heruntergezogen wurde. Das ist natürlich insofern nicht ganz perfekt, aber man muss auch sagen, es kamen direkt Käufer in den Markt. Also sprich, beim gleitenden Durchschnitt 50 Tage wurde hier also wieder kräftig zugekauft, was erstmal positiv für den Kurs ist. Natürlich, wer sagt, ich warte jetzt hier, die Seitwärtsphase ist noch nicht verlassen. Ich möchte aber kaufen. Man kann durchaus damit rechnen, dass die Zahlen von Fastly auch nicht so gut werden. Und dann gibt es hier nochmal Abverkäufe. Vielleicht sogar nochmal in den 80er Bereich. Schwer zu sagen. Wenn nicht, gibt es natürlich die Möglichkeit, auch hier wieder zu kaufen. Das ist hier der rote Bereich. Der hat zwar bisher kein Glück gebracht, aber jetzt sieht man auch, dass die gleitenden Durchschnitte so langsam zur Unterstützung mit dazukommen. Der Kurs lange auskonsolidiert und das nächste Mal, und das sieht hier eigentlich schon recht bullig aus, kann es eben sein, dass wir hier dann endlich diese Seitwärtsphase nach oben raus verlassen. Und Fastly, einer der Marktführer, sagt ja auch Kramer, dass man in dem Bereich doch weiterhin stark wachsen kann und dann eben Kurse über 120 Dollar bis eben wieder zum alten Hoch vom 140 Dollar zu sehen sind. Da bin ich also sehr gespannt. Ich selber liege auch auf der Lauer, habe noch nicht zugekauft, habe erst Ackermal frisch verkauft, weil die Zahlen eben nicht gestimmt hatten. Der Umsatz geht weiter zurück und das ist ein Markt, der eigentlich noch wachsen sollte. Daher bin ich dort erstmal rausgegangen, sicherheitshalber, und schauen wir das erstmal an. Bei Fastly hat man sicherlich noch einen stärker wachsenden. Dann geht es mal weiter. Und ja, Klassiker hier bei uns im Chargecheck, eigentlich schon, hat man auch schon öfter besprochen, ist eben die Aktie von Palantir, die einmal wieder interessante, eine interessante Konstellation für uns bereithält. Wir sehen, nochmal nachträglich, der Ausbruch, ich will euch nicht langweilen, ging eben hier hoch auf ein neues Allzeithoch, extrem hoch und volatil, dann bei 45 Dollar wieder abverkauft und dann eben hier die Ausbruchszone. Das ist hier die rote Linie, die hat das letzte Mal schon gehalten. Dort konnte man schon kaufen, dort bin ich etwa auch rein, einen Ticken drüber noch. Und jetzt ging es eben nochmal runter auf diese Linie. Ich gehe stark davon aus, dass wir von dort aus wieder Auftrieb sehen werden und der Kurs so langsam wieder stabil nach oben verlaufen wird. Wobei natürlich auch hier immer mal so ein Tag dabei ist, der eben extrem stark ansteigt, vielleicht auch mal kurz unter diese rote Linie schiebt und dann aber wieder langsam aufholt an dem Tag. Und deswegen sehe ich hier eigentlich eine 30er-Dollar- oder 31-Dollar-Zone, die doch recht stabil sein wird als Unterstützung. Auch hier der gleitende Durchschnitt wieder, der mitkommt, was natürlich grundsätzlich immer Support geben könnte. Insgesamt sieht es also immer noch gut aus. Wer noch nicht drin ist, aber rein wollte, hat eben jetzt hier die Gelegenheit, noch relativ günstig reinzukommen, wenn man doch überlegt, dass es hier dann so relativ schnell wieder in Richtung Norden gehen könnte. Ist natürlich alles spekulativ und auch hier wieder der Disclaimer, ich bin investiert und deswegen bitte auch selber nochmal ein Bild vom Unternehmen machen. Dann ist mir auch etwas aufgefallen, da hätte ich gar nicht so richtig damit gerechnet und gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, aber ich hatte mich vor einem halben Jahr mal damit beschäftigt und dachte mir so, naja, guck es dir mal an, vielleicht gar nicht so schlecht. Und das ist die Aktie von Ibadrola und der spanische Energieversorger, der ja nicht nur in Spanien tätig ist, sondern Europas größter auch ist, hat zuletzt ganz schön federn lassen, ich glaube auch RWE und hier muss man aber sagen, sind wir mittlerweile an einer doch recht signifikanten Unterstützung, die wir hier einmal eingezeichnet haben und zwar am gleitenden Durchschnitt 200 Tage. Das hat eben auch schon vor ein paar Monaten schon gehalten, Richtung November zu und der Aufwärtstrend an sich ist ja weiterhin intakt, auch wenn es sehr mühselig aussieht und sehr, sehr zäh. Dennoch ist hier der Abverkauf relativ stark gewesen und jetzt eben der Impuls, schon hier die erste grüne Tageskerze am Freitag, kann also sein, dass wir hier dann doch den Anstieg wieder sehen. Käufer kommen in den Markt und werden den Kurs wieder zumindest in Richtung 12 schieben, vielleicht sogar noch auf neue Allzeithochs, dann warten hier schnelle 15% auf uns. Ist also doch eine gute Idee hier mal zu überlegen, ob man sich vielleicht etwas gönnt im Dividendendepot, was natürlich eine gute Aussicht hat, denn wir wissen, Energieversorger sind nach wie vor gefragt, vor allen Dingen diejenigen, die mittlerweile auf grüne Energie setzen und da ist Ipadrohler tatsächlich führend. Also wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. Nachdem wir jetzt den Energiesektor einmal angeschnitten haben, geht es weiter und wir gehen in den Bereich der Pharmaindustrie und wenn man nicht so richtig weiß, und das ist eigentlich immer das größte Problem, welcher Pharma-Riese, ob Bristol Myers wie Philipp Dindy, Bayer oder Pfizer, immer alles ein bisschen schwierig, vielleicht könnte man als Alternative dann mal hier auch Royalty Pharma in Betracht ziehen. Royalty Pharma ist noch gar nicht so lang an der Börse, daher ist Charttechnik hier noch so eine relativ schwierige Geschichte, aber mittlerweile kann man etwas ablesen und zwar den Abwärtstrend, der sich erst gebildet hatte nach dem IPO, das ist sehr teuer und eben jetzt dann der Ausbruch, der, ich sag mal, nach und nach wieder zu Kursgewinnen geführt hat und das ist eben der Punkt, dass man hier auch wieder kaufen könnte, weil man eben diese Unterstützung hier, ich zeichne das mal rot für euch ein, das ist diese Marke hier in etwa, die ist tatsächlich, ja, die scheint sehr stabil, man hat jetzt mehrere Tage darauf verweilt, der gleitende Durchschnitt, 50 Tage ist hier schon drüber gelaufen und wir sehen auch am letzten Handelstag, die Kerze ist grün und bullisch und könnte hier weiter für Auftrieb sorgen. Geht natürlich nicht von heute auf morgen mit extrem starken Kursanstiegen, also sehr wahrscheinlich, aber immerhin ein doch solides Unternehmen und der Vorteil bei Royalty Pharma ist, dass sie sich in der Phase 3 bei vielen, vielen, vielen Produkten oder Pharma-Produkten dann auch einfach einkaufen, bevor die Zulassung ist und nachdem die Zulassung genehmigt wurde, nehmen sie dann eben hier immer das Geld und auch die Einnahmen mit ein, was es natürlich dann etwas robuster macht, für den Fall, dass mal was schief geht. Man hat jetzt schon ein ziemlich großes Portfolio, wo man einfach mit profitiert, da gerne auch mal auf die Internetseite gehen von Royalty Pharma, da stehen sämtliche Unternehmen wie Vertex und alle großen Pharmaunternehmen, die doch recht, ja, ich sag mal auch erfolgreiche Arzneimittel und Pharma-Titel eben im Depot haben und insofern hat man hier so eher den Play auf viele Bereiche und da ist Royalty Pharma so ein bisschen der ETF der erfolgreichen Medikamente. Also hier vielleicht eine schöne Möglichkeit, die Dividende wird sehr, sehr stark gesteigert, das hat man erst wieder erhöht beim letzten Earnings und deswegen vielleicht hier ein Play, der sich auch in Zukunft als Dividendentitel herausstellen kann, dann werden wir also gespannt sein, aber eben hier der Einstieg doch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weiter soll es gehen, wir sind im Tech-Sektor zurück und da schauen wir uns mal die Aktie von Splunk an. Ja, Splunk ist ja in den letzten Monaten eher untergegangen, ich habe sie gar nicht so oft gehört, kaum einer hat sie angesprochen und auf dem Schirm gehabt. Philipp hat dann mal erzählt, Mensch, Splunk, da ging es beim Kramer drum, schau dich das nochmal an, habe ich jetzt mal gemacht, es ist weiterhin ein sehr stark wachsendes Unternehmen, da müssen wir gar nicht weiter drüber diskutieren, aber die letzten Quartalszahlen und auch hier gab es natürlich einen starken Abverkauf, wir sehen von 200 Dollar ging es runter auf 160, ist natürlich dann schon ein ziemlich heftiger Absturz, aber seitdem eine doch ordentliche Stabilisierung, eine kurze Übertreibung hier und dann ging es wieder runter auf die 160 und seitdem aber hat sich ein Trend gebildet, kurzfristigerseits, der so Richtung Norden läuft und wenn der sich so weiter fortsetzt, hat man doch auch ein paar saftige Gewinne mitnehmen können oder kann man hier vielleicht noch ein paar Gewinne erwarten, Splunk vielleicht auch wieder mit tollen Quartalszahlen, das werden wir noch sehen und hier ist dann die Chance natürlich weiter herauszustechen und eben den Kurs in Richtung Allzeithoch weiter aufzunehmen, wären natürlich dann schon ordentliche Renditen, die da auf einen warten könnten. Widerstände gibt es natürlich dann auch viele und zwar hat man die natürlich alle gleich vor sich, hier einmal bei 188, dann hat man hier auch noch welche bei knapp 200 und dann auch hoch zu gibt es eben noch weitere, das heißt hier ist dann das Rückschlagpotenzial ab einem gewissen Wert auch relativ hoch, kann also dann auch sein, dass man doch immer wieder mal Rückschläge hat und die Quartalszahlen müssen eben passen. Das ist eben auch immer das, was bei den Wachstumswerten sehr wichtig ist und selbst wenn sie passen, wir sehen es bei vielen, vielen Werten, wie Cloudflare auch, die dann plötzlich stark abverkauft werden. Also da muss man natürlich auch immer wieder ein bisschen Volatilität in Kauf nehmen, nichts Neues. Ansonsten haben wir auch noch Tesla, wie versprochen mitgebracht und Tesla möchte ich euch einmal zeigen, ist natürlich eine wahnsinnige Fahnenstange, wenn man das mal klein zieht, aber der Anstieg ist natürlich berechtigt, die E-Mobilität, wir alle wissen das und viele, oder hier scheiden sich ja häufig die Geister, viele sagen, das ist ein Unternehmen völlig überteuert, können sie so nicht liefern, andere sagen, das ist die Zukunft und Elon Musk ist ein Gott. Ich bin dazwischen, ich finde das toll, dass das Unternehmen so abgeht und dass viele natürlich erfolgreich hier getradet oder auch langfristig eine tolle Anlage hatten, bisher kurzfristig muss man sagen, die Aktie auf hohem Niveau mit einer Konsolidierung auf Seitwärtsphase, das ist immer ein bullisches Signal, das muss man einfach hier so festhalten, auch jetzt wieder kurz unterschritten, die Unterstützung hat gehalten und es gibt offensichtlich wieder Auftrieb. Ich persönlich würde hier nicht mehr kaufen, mir ist diese Bewertung einfach auch zu heiß, das muss man erst mal rechtfertigen, aber für diejenigen, die sagen, ich bin schon investiert und jetzt so langsam Höhenangst bekommen, nach wie vor ist der Trend hier positiv, also der Trend ist your friend, demnach kann man hier auch einfach noch weiter laufen lassen, der gleitende Durchschnitt ist wieder rangekommen, dann läuft der Kurs meistens ein Stückchen weg und dann kommt er wieder ein Stück zurück mit einer Seitwärtsphase, wie auch hier schon zu sehen, das ist relativ normal, macht euch da also keine Sorgen. Ich muss mich immer erinnern, bei Tesla 2019, da hatte ich die erste Chartanalyse für Modern Value Investing eben mitgegeben, das war auch Tesla und das war hier unten in dem grünen Feld bei etwa 180 Dollar damals, noch vor dem Split natürlich und seitdem hatte ich gesagt gehabt, ja jetzt hier könnte man kaufen, hoffen die Unterstützung, la la la, der Rest ist Geschichte, ich bin leider nicht mit reingegangen, es wären 2100% gewesen, ich habe das mal ausgemessen, schade eigentlich, hätte man gerne mal machen können, aber gut, nicht schlimm, man hat es hier natürlich auch schwer gehabt, dass man zwischendurch natürlich dachte so, oh Gott, was ist jetzt los, geht es wieder zurück, ja also hier muss man natürlich auch stark in den Nerven haben und so überzeugt sein, dass man auch hier Gewinne, ja ich sage mal, in dem Risiko lässt, dass sie eben auch schnell mal wieder wegbröckeln, von 200 auf unter 100 zu gehen, in der Corona-Krise, ist natürlich dann auch schon ein sehr, sehr starker Rückgang, den muss man auch erstmal aushalten, keine Frage, also ja, während Tesla investiert ist, weiterhin überzeugt ist vom Unternehmen, alles gut, bleibt drin, kaufen, immer mit so einem gewissen, naja, mit einer leichten Skepsis, weil natürlich die Bewertung ohnehin schon extremst hoch ist, ja, ein letztes Unternehmen aus dem regulären ist Activision Blizzard und Activision Blizzard hatten viele ja lange Zeit nicht auf dem Schirm, ist ja als Gaming, ja, absolute Nummer 1 mit, also gehört mit zu den Top-Plays, die man dort haben kann und langfristig ist die Aktie natürlich ein super bulliger Wert, ja, gibt nichts zu meckern, aber jetzt hat man hier natürlich eine relativ lange seitwärts- oder lange Konsolidierungsphase mitmachen müssen, wer so lange investiert ist, hat zwischendurch mal graue Haare bekommen, aber der wird jetzt belohnt, vor allen Dingen, hier hat man eine Tasse mit Henkel, William O'Neill in seinem Buch perfekt geschrieben, Tasse mit Henkel Bildung und dann der Ausbruch, wer dort einsteigt und diese Ausbrüche mitnimmt, der hat dann doch relativ schnell mal starke Kursgewinne zu erwarten und hier ist das jetzt aktuell auch zu beobachten, wir sehen, Tasse mit Henkel, der Ausbruch und dann eben hier wirklich ein rasanter Anstieg, jetzt nochmal mit starken Zahlen und zack ging es hoch auf ein neues Allzeithoch, über die 100 Dollar und von dort an, auch wenn es vielleicht nochmal auf die 100 Dollar zurücksetzen wird, wird es jetzt strikt nach oben laufen, immer weiter in Richtung 150 wahrscheinlich, so in etwa, also wer jetzt dabei ist, keine Höhenangst bekommen, das wird hochwahrscheinlich so weitergehen, wenn es jetzt nichts Negatives gibt, vom übergeordneten Markt oder zumindest auch in der Branche, daher Gewinne laufen lassen, keine Angst haben, Buy and Hold, das hat sich hier doch immer wieder mal bewährt, vielleicht auch Rücksetzer nachkaufen, das hätte sich hier natürlich gelohnt, insgesamt ist Activision Blizzard doch ein starker Wachstumswert, das gefällt mir hier sehr, sehr gut, jetzt kaufen, ist schwierig, kann man sicherlich machen, auch wenn es auf einem hohen Niveau ist, vielleicht nochmal kurz auf den Rücksetzer, bei 100 oder 103 Dollar am Ende auch egal sind, wenn man es langfristig halten möchte, ist das sicherlich trotzdem noch ein ganz ansehnlicher Kurs. Wir schauen nochmal zurück auf die letzte Folge, da hatten wir Zoom mit dabei, Zoom Video Communications und der Ausbruch hier ist ja stattgefunden und so langsam entwickelt er sich doch recht positiv, ja, wir hatten es gesehen, der Ausbruch und dann eben jetzt die Chance, so in Richtung Allzeithoch wieder zu laufen, das nimmt bisher ganz gut Fahrt an, nach einer Woche kann man sagen, ist dieses Szenario weiter intakt, kein Fehlausbruch und so langsam und doch recht stabil läuft die Aktie eben hier gen Norden. Tolle Sache und das gleiche sehen wir auch bei Amazon, stabil ist es, der Ausbruch und auch hier das Szenario weiterhin perfekt, alles schick. Wir haben das hier einmal festgestellt letzte Woche, es ging darüber hinaus, nochmal der Rücksetzer und man hat ja zum Handelsende sehen können, dass die Aktie oberhalb dieser Trendlinie geendet ist und jetzt vielleicht noch ein Ticken Seitwärtsphase, bis es dann eben in Richtung Allzeithoch so langsam wieder gehen wird. Amazon also weiterhin noch gut, wenn man das so sagen möchte, also auch der Einstieg ist hier noch gegeben, kann man nicht meckern und wenn man doch endlich mal rein wollte, dann kann man hier durchaus auch mal den Sparblatt erhöhen oder wirklich mal mit einem Einmalkauf neu tätigen. Weiter und als letztes noch die Aktie der Stunde, wenn man das so mal sagen möchte, jetzt habe ich mich hier verschrieben, Baosun ist ja doch das chinesische Shopify und nach der Bekanntgabe der langfristigen Kooperation mit iClick ging es ja hier rasant nach oben und der Rücksetzer doch tiefer als erwartet, nicht nur auf die Trendlinie, aber schon am nächsten Tag ging es eben stark nach oben, das war überraschend, so dass ich auch gar nicht selber den Fuß in die Tür stellen konnte und seitdem sind wir doch recht stark angestiegen, ja täglich ging es hier satt nach oben in Richtung 55 Dollar und jetzt gab es dann erste Abverkäufe, die naja trotzdem noch recht stabil sind, jetzt bin ich gespannt wie sich es weiterentwickelt, ob wir hier in den Bereich von 50 Dollar nochmal rankommen und dass dort eben der Kurs aufsetzt, wieder nach oben schiebt, das kann durchaus sein, denn man muss sehen, natürlich sind hier auch immer wieder mal Widerstände da, das war hier das letzte oder eines der letzten lokalen Hochs, das muss natürlich erstmal konsolidieren, bis es dann weiter geht auf das nächste Hoch und das wäre dann meines Wissens da schon das Allzeithoch, genau richtig, also das kann jetzt hier also auch sehr sehr schnell gehen, die Frage ist, ob die Widerstände wie Butter durchglitten werden können oder ob hier immer wieder mal schärfere Rückschläge zu erwarten sind, das werden wir also weiter beobachten und können wir natürlich hier nur weiterhin ja in den nächsten Folgen des Charge-Checks beobachten und eben dann auch nochmal resümieren. Insgesamt Bauzu nach wie vor günstig bewertet, kann man wirklich so sagen und wenn ein Rücksetzer ist, natürlich da nochmal als Einstiegschance nutzen, das ist sicherlich nicht ganz falsch auf langfristige Sicht. Ja, haben wir wieder ein paar umrundet, ich hoffe, ihr seid soweit zufrieden, ihr habt auch viele, viele Unternehmen vorgeschlagen, die wir hier mit anschauen sollten, die habe ich alle aufgeschrieben, auf eine Liste, aber auch Paypal, Netflix dabei, aber da ist jetzt aktuell, ich sage mal, ein super Trend, ja, also kann man jetzt nicht irgendwie was Besonderes hervorheben, Chart-Technik hierseits, daher hat das noch nicht die Brisanz, ich habe es auf dem Schirm, für den Fall, dass es dann interessant wird, kommt es natürlich dann wieder in den Chart-Check hinein. Gerne möchte ich noch verweisen auf unseren Aktien-Check, der eben gestern auch bei uns auf unserer YouTube-Seite zu finden ist, wir haben ja auch einige Aktien angeschaut, die sehr, sehr interessant waren, da also nochmal reinschalten und zuletzt Hidden Champions im Podcast, auch das denke ich gar nicht so schlecht, mal ein paar Aktien zu hören, die vielleicht gar nicht oder die man auch gar nicht auf dem Schirm hatte, die man vielleicht auch noch gar nicht kannte und insofern könnte man dort vielleicht nochmal den einen oder anderen Top-Pick für die nächsten Jahre herausfinden, Ich würde sagen, danke, ja, noch eine schöne Woche und schönen Wochenbeginn und bis zum nächsten Mal. Ciao!